Leute, Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei KiteKombüse.de und wir fahren wieder ans Wasser. So sieht's aus heute mit Slingshot, Rallye und RPM und ich hab tierisch Bock, wir haben 40 Knoten. Das ist nicht ganz, also irgendwie 28, 39, gerade eben geguckt, an der Station. Und wir sind alle sehr aufgeregt, denn wir haben noch so schönes Wetter und es ist sonnig und gute Laune und die ganze Woche ist ja so geil angesagt. Rauf aufs Brett, würde ich sagen. In diesem Sinne, heute einfach mal wieder ein bisschen Spaß haben. Ich hoffe, dass es auch so witzig wird, weil meistens, wenn man so aufgeregt ist und einfach ganz, ganz viel Lust hat, dann ist manchmal ein bisschen konfus und man überholt sich selbst, aber ich glaube, dass wir da heute gut an Dinge und gut unterwegs sind. Genau. Marco kommt mit und Alex kommt auch noch mit. Wir schnipsen uns da einmal hin. Also, Marco, ey, war schon mal gar nicht schlecht, aber wir fahren nicht. Und Alex fehlt. Weiter geht's. Ah, Marco, Alex ist auch da. Hat doch funktioniert. Ja, cool. Weiter geht's, oder? So, da sind wir. Hübsch ist es. Sehr, sehr hübsch. So, Alexander, hast du Bock? Hast du Bock? So, da sind wir. 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 Keine 30 Knoten. Falscher Spot. Wo, ist noch der Traininghemel? ja so ich bin wieder zu hause das war leider nix wie ich das leider auch schon geahnt habe wenn man sich so so sehr freut dann ist es manchmal schwierig wir haben tatsächlich einfach den falschen